Ich hab bei Banani einen Pokémon-Booster gekauft, ich hab mies reingelackt. Wenn ihr sehen wollt, was das für eine Karte war, schau's wieder bis zum Ende. Ich freu mich dir, ich freu mich. Ey, seid übel leise. Ja, Mann. Ich dachte, das wär der letzte Stapel, aber ich... Nächste. Nächste. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga, jetzt geht's los, jetzt geht's los, Digga. Aber nach dem Pack gucken wir weiter, oder? Ja, ja. Ja, zum Glück. Bitte, bitte, mach meinen Pack nicht kaputt, mach meinen Pack nicht kaputt. Oh, ein bisschen reißen, bisschen. Echt. Ah. Digga, schläf von Pikachu. Nächste würde ich dich gönnen. Genau, noch mal raus und rein. Frohe ich auch hab. Ciao, Liebe. Danke, dass du umstanden hast. Aber. Mhm. Akzeptier die Pro-Ratio. I know, I know, I know. Trotzdem wäre er bei Pokémon-Karten. Digga, ich hab ein Yu-Gi-Oh. Irgendwie keiner was sagt. Yu-Gi-Oh-Shirt. Du unterhalst ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen von deinem Tag. Wie war's? Was hast du bisher so gemacht? Meinst du mich, oder was? Nee, nee. Der andere auch nur. Achso. Ja, okay, let's go. Energie. Energie. Capoeira. Heldenmedaille. Hatte ich dann keinen Bock mehr. Energie. Und sonst, ja. Ziemlich langweilig. Kampuli. Pepec. Pepec, Alter. Samurzel. Ja, wir müssen ja schauen. Ja, eins. Irgendwie so ein Punkt. Ich hab grad Heldenmedaille gemacht. Digga! Holy shit! Reifu! Reifu! Fula! 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 Amazing Rare. Holy shit! Hey, ist sie gut? Alter, das ist ne richtig geile Karte! Yes! Okay, wie viel kostet die? Boah! Amazing Rare. Die ist richtig geil! Digga! Und das war noch nicht mal die letzte, okay. Und wieder nochmal. Na, schade. Zeig mal die Text-Dot mal, du Kack. Ey, Raikou, Digga! Boah! Digga! One-Hit-Wonder! One-Hit-Wonder! Ich hab's doch gesagt, wenn du jetzt kommen willst, kann du was Gutes kommen. Die ist echt geil. Wer kommt? Du komm! Raikou, Digga! Raikou! Die gehen echt gut weg, sag ich mal. Also, preislich. Ja, die ist echt geil. Holy shit! Werden sie mal. Also, die sind... Du selber! Ich geh mal kurz nochmal die... Banani, okay. Äh, geh mal kurz nochmal die... Okay, was ist, wenn... Was ist, wenn mein Raikou, ähm, PSA 10 ist? Da ist ein Raikou! Da ist ein Raikou! Ein schönes, schönes Raikou, Digga! So, vom Ding her, also, wie das Sandring und so ist, sieht die echt nice aus. Äh, aus. Und... Du sitzt da jetzt auch in die Kellen, das ist doch keine Ahnung, what the fuck! Ja, die Sandring ist perfekt, glaub ich, bist in den links noch echt ein bisschen reingeschickt, aber... Ohne, Digga! Ohne, unten, hinten ist nicht so geil! Jaaa... PSA 9, maybe? Kann gut sein, komm da auch drauf an! Oregon... Oregon... Yeah Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020